und einen wunderschönen guten morgen also wenn das mal kein entspanntes spiel ist dann weiß ich aber auch alles was haben wir denn da wieder in der hand haben wir den korb mit uns rumschleppen lassen wir kurz mal hier zu den pflanzen gucken ich möchte mal kurz lauern was das wie das aussieht gerade nein nein wieso hast du das kaputt gemacht warum denn bloß wächst immer noch was ist das jetzt hier wächst immer noch miss jetzt in der mitte mehr kaputt gehauen wir sind aber auch hechte na klasse wir sind super wir hätten die hacke nicht in die hand nehmen sollen mist nein nimmt das teil lieber mit man kann nie wissen können wir das pflanzen habe ich habe keine samen mehr übrig nein die haben ja vergurkt die eine jetzt können wir den wettbewerb dürfen wir das cool sehr gut können wir ja auch noch ein bisschen wasser übrig ich glaube wasser ist alle hohe mein neues ist so viel zeit muss sein achim kese müssen auch noch machen mein gott mit stress hier natürlich wieder zu lauf weiter motiv wasser holen fix fix vor allem fix ja da hat man fix wasser holen fix vor allen dingen super und zurück das wasser lagern wir doch mal gleich hier vorne irgendwo ab wie viel heu haben wir denn überhaupt noch wir haben kein heu mehr ach du großer gott wir müssen neu kaufen was haben wir denn noch noch mal schauen diese vier käse halten sie nicht für ewig ein bisschen heu für die ziegen mehr nicht ach du oder gott so hier wir haben sie angezündet ach du großer das ist nicht zu fassen haben wir voll vergessen die reparatur dieses heruntergekommen ist kommenden käserei mit ihren regalen den ventilatoren und den absteigflächen war das letzte um das sich solar damals gekümmert hatte bevor er die farm verließ und rahmat zurückgeließe ja und wir müssen warten bis das fertig ist wir können doch gar nichts machen das ist aber jetzt ärgerlich am brief haben wir glaube ich nicht verpennt nie schnappen wir uns mal das körbchen so da kommt doch wieder einer da ist doch wieder einer kugeladen pünktlich wie die mauer wie laufen die dinge teil mal bestens erinnerst du dich daran wie lebhaft es hier früher war als wir kleine äffchen noch in der gegend herum rannten wie kleine äffchen okay wie wir uns im tag verliefen unsere eltern krank vorsorge hinterher war immer der teufel los glaube ich dir aus wochen so was hast du denn hier frisch finde ich heute müssen wir haben das mal zwei nehmen wo haben wir die wanderer schmaus ich glaube das ist das ne feenturm oder das art dass er zufrieden mit das nehmen wir vor zwei mahoi sie ist das ist schon mal eine große nummer so brief haben wir auch noch gekriegt ich hab dir meinen rat bezüglich das haben wir aber schon durch die spannung aber jetzt einiges ans zeit besser kram ein freund tschüss macht gut was haben wir denn hier an post das haben wir doch schon das können wir das kennen wir liebe teil maus mir unerklärlichen gründen träume ich neuerdings von ziegen erinnerst du mich noch an aka und dio bei deren rettung du während der großen regenflut damals beinahe ums leben gekommen wärst seit wochen stehen sie im mittelpunkt meines meiner albträume meine schreie reißen moira jede nacht aus dem schlaf meine liebe frau es bereitet mir kopf zerbrechen warum diese albträume gerade jetzt begonnen haben unsere zeitung verkauft sich wie warme semmeln unser groß unser großraum büro ist gefüllt mit erstaunlichen talenten von meinem eckbüro aus bietet sich mir ein atemberaubender ausblick auf die innenstadt und den hafen und alle meine söhne sind nun stolze väter schwester ich kann sagen dass ich in meinem leben nie glücklicher gewesen bin und trotzdem plagen mich albträume als kleiner junge hing ich sehr an den tieren was für aus ihnen geworden ist vermutlich flohen sie bei der ersten gelegenheit die sich ihnen bot wie es bei ziegen üblich ist wenn sie vor wenn wenn vor ihnen das tor wenn sie vor ihnen das tor öffnet so wie zell wie seltsam es ist dass sie sich in ihrem eigenen zu hause eingesperrt fühlen ich hoffe deine nächte sind erholsamer als meine timer dein bruder garza sehr cool ps ich weiß dass dir das thema politik nicht zusagt aber ich es sieht so aus als ob wöter barra richtig der schelmische kleine pot ein kandidat ein kandidaten für die wahl des bürgermeisters ersetzen wird der wohl demnächst in einigen skandalen verwickelt sein wird dadurch würde er seinen sehr an die an die ambitionierten traum ein großes stück näher kommen der gleiche lümmel der uns früher sand in die hose gestorpt hat und seine schuhe nicht selber binden konnte bis er elf war wenn der mehr als zehn stimmen erhält dann werde ich mich für eine woche nicht waschen was elfen stein sagen haben wir da gefunden wir haben irgendwas zu einpflanzen ich glaube da ist irgendwas zum einpflanzen wir können irgendwas einpflanzen habe ich so im gefühl elfendistelsamen die nehmen wir doch mal pflanzt den mal ein genau da haben wir noch ein bisschen wasser drüber so sie ist den kleinen schluck wasser auf ganz genau soll das mal fallen hier ist ja noch früh am abend dann können wir auch reichlich eigentlich mal einmal wir schnappen uns mal wo ist der kopf eigentlich ist der drinnen ja ja schuldigung sollten wir den eimer mit der kese ist fertig der kese ist fertig was können wir hier machen käse machen ganz genau wir machen käse ein käse aber ist schon wieder spät du großer gott die zeit vergeht wie in fluge hier freunde leider lassen wir mal lieber reingehen ist ja schon spät ne die zeit die rennt wie verrückt hier das sage ich euch also wir können wissen was machen feenturm aber den können wir da auch verkloppen wir haben im wesen ein und fünfmal käse viermal käse essen können wir morgen mal gucken ob wir noch ein paar erfinden mal die schafe quatsch die ziegenmelken so war das was ist das für ein viech das gefällt mir nicht immer jetzt wird unruhig da draußen man sieht ja auch nichts haben wir keine autenbeleuchtung irgendwo man sieht nichts hier fehlt so ein bisschen licht hier draußen warte mal der starb hier lassen wir gleich morgen mal gucken was das ist so hau dich mal lieber mal in die in die federn wird geschlafen gute nacht schlaft schön wie sehen wir uns denn morgen wunderschönen guten morgen mal sehen was uns heute alles erwartet ich meine da sind noch so sachen da ist eine höhle dass man irgendwann schaffen da hinzugehen warte mal wir haben doch hier einen wunderschönen wozu brauchst du ach du roter da zeichnen sie noch ein bisschen rum ja großartig ist aber schön wenn sich leute auch freuen oder lassen wir kurz noch mal eine kleine idee wasser auf kippen auf die sache wasser es wächst auf jeden fall das ist ja schon mal großartig siehst du wasser ist noch drin das reicht noch für einmal ein durchgang würde ich sagen lass mal da hinten hin das möchte ich ja mal sehen so hier passt schon auf wir haben noch einmal einmal stroh sich da gerade ist nicht so gewaltig viel müssen wir schauen was da hinten drin ist das auf jeden fall die hülle oder oder so ein bergweg oder sie ist ja auch geschwind unterwegs wo ist es gewesen ach da nee da war es gar nicht da sind wir verkehrt das ist ja weiter oben gewesen ist es so weit weg was haben wir denn hier irgendwo habe ich ein foto auf dem wir alle auf diesen felsen sitzen ich mit solar und luna imi und brennen und gaza mit meura doch die hat auch wirklich fantastische namen irgendwo war doch hier irgendwo war doch hier bergweg oder nicht und ich jetzt ganz verkehrt ich sehe nichts mehr oh mein gott gleich haben wir es verlaufen jemand lieber wieder zurück mutti also nicht dass wir uns hier verlaufen in der wüste verlaufen das fehlt uns noch vor allen dingen ich kann nicht raus so oder irgend so was da sind wir auch wieder zurück gut auch wenn sie wieder zurück bestands ist dann bestimmt den halben tag verblendet wir sowas vor allem meine gegend rumlaufen da ist er doch meine liebe ich bin große neuigkeiten bring große neuigkeiten älgos hat ihren neuen bürgermeister gefunden und es ist niemand anderes als Cousin Cousin mal nicht bei den letzten vier wochen wir haben hier feenturm ne das ding war ja noch ähm wichtig dass er gerne haben wollte müssen wir auch heulen haben ne wir müssen gerne zweimal haben schrotflinten patronen grau kartoffelsamen mal sehen was wir hier verbrauchen was haben wir denn noch eier eier oh das ist gut naja wir sind zweimal heu ne ciao machs gut den brief wir haben noch einen brief verfasser wötter bara büro des bürgermeisters rathaus elgos an meine älteste freundin du äh kanntest mich bestimmt als unbändigen knaben heute schreibe ich dir als ein mann der seine bestimmung gefunden hat an diesem wendepunkt an dem ich beginne mein großes vermächtnis zu komponieren ähm komponieren möchte ich zunächst meine definierten zunächst meine definierende Momente abwägen erstens mein vater gab seine praxis auf und lässt sein haus und sein altes leben hinter sich er zieht auf eine farm neben der deiner deiner familie wo so denkt er ihm der nachgeschmack seines versagens nicht mehr erreichen kann zweitens du ein mädchen von 16 jahren und die älteste einer scharferen geschwistern gibt einem jungen in einsamkeit und elend lebenden außenseiter neue hoffnungen drittens ich ziehe in die stadt und arbeite hartnäckig an der konstruktion meiner perfekten karriere nach einer 40 jahre andauernden reise gelingt es mir macht und mitgefühl zu vereinen na gut ähm mein leben ist immer noch immer nach vorne gerichtet das bevorstehende herbstfest bringt unzählige aufgaben von genehmigungen über paradepläne bis hin zu ausschlüssen und kostenkalkulationen und trotzdem nehme ich mir die zeit um dir zu schreiben talma und meiner und mich meiner wurzeln zu erinnern ich bedauere zutiefst dass wir uns aus den augen verloren haben ich hoffe du fühlst ähnlich außerdem spielt ein alter mann mit leib und seele auf seiner munter munika draußen achso ich könnte mir keine passende untermalung meiner gedanken vorstellen hochachtungsvoll wötter sehr cool bergrundsamen uh geh mal lieber wieder rein mach die kür zu wir müssen den kopf drücken ach der kommst du hier da ist das körpchen mal hier die eier sammeln wenn die eier sind da ist es haben wir was gefunden sechs eier nicht zu fassen na klasse die schleppen wir da mal rein mal fix die milch ist auch fertig sehe ich gerade palim palim so raus wir müssen hier wir haben noch so viel zu tun so gerade das wir stehen mal gucken ach du dann ist wieder dunkel es wird schon wieder dunkel ach nee da muss mich rein füge den topf mit milch hinzu ach großartig was haben wir denn jetzt hier viel käse ein bisschen heu ja gut lass mal wieder raus nachts arbeiten wollen wir ja auch nicht rein ins warme sie muss ja auch was essen eier und käse das ist das was wir haben schau schauten eigentlich noch einer zu oder seid ihr alle gar nicht mehr da er ist schon spät geworden ich glaube ich ihn zu bett genau so auch bei ihnen reden schlaf gut einmal träumt ja bräuchte zentara oh was ist das oh was ist das Irgendwas geschieht da. Was ist denn das? Okay. Hat sie geträumt? Sie hat geträumt, tatsächlich. Glaubst du ja nicht. Die Timer hat mir vor sich hingeträumt. Ist ja nicht zu fassen. Lass mal den Käse schnappen. Den Eimer auf jeden Fall. Nimm mal den Eimer. Ja, ich weiß. Den Eimer. Da. Genau. Wir müssen doch noch ein bisschen Käse basteln. Lugge zu. Damit sie nicht rausrennen, die Ziegen, sondern uns das Gemüse wegfressen. Der Katral ist ja in der Kugel, der ist noch körperlich anwesend. Aha. Gib das mal rein. Stopp mal. Schnapp dir mal den Eimer. Da kann noch mehr rein. Die kann noch nicht gemolken werden. Aha. Aber hier. Ja, müssen wir einmal dahinten. Nein. Eioi. Du hast den Eimer hingeschmissen. Elli, wo hast du den Eimer hin? Da. Da ist der Eimer. Die Frau macht mich wahnsinnig. Schnapp dir den Eimer. Eimer. Da. Ich glaub's ja nicht. Die nimmt den Eimer nicht mehr. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Die will den Eimer nicht nehmen. Ich glaub's ja nicht. Was machen wir jetzt denn? Jetzt können wir gar nicht... Die Ziegen nicht mehr und... Hast du nicht gesehen. Nein. Jetzt können wir die... Ziegen nicht mehr melken. Leider. Geht nicht mehr. Ist jetzt großartig, ne? Oder? Oder warte mal. Das müsste auch gegen... Pass mal auf. Das müsste gehen. Und zwar... Gegenstandspositionen zurücksetzen. Zack. Ah, siehste. Da war doch ein Trick dran. Wo ist der Eimer? Da. Damit sowas nicht passiert, wirst du unser Gemüse in Ruhe lassen? Hallo? Sie muss zuerst essen. Okay. Aber sie nicht. Sie haben frohe hier. Warte, Kumpel, ich bin gleich da. Warte, bist du noch nicht fertig? Ah, was ist der Stress hier? Sie muss zuerst essen. Okay, warte mal. Ach, er macht die Grafe im Acker. Na gut. Gut. Wie? Kann das da nicht rein? Na gut. Geht vielleicht nur immer ein... Einmal Milch da rein. Und ich fix mal umrühren. So. Zack. Fertig. Oh, Feuer im Laden hier. Gut, haben wir noch einmal Milch da stehen? Ich hoffe, die hält sich. Nein, lass die mal stehen. So. Ich habe einen Brief da. Kannst du den Brief nicht nehmen? Nimm den Brief einmal. Da ist er nämlich drin. Geht nicht. Okay, sie will den Brief nicht nehmen. Warum nicht? So. Lass uns mal kurz nach dem Gemüse gucken. Oh, das ist fertig. Das scheint reif zum Ernten zu sein. Sehr cool. Was ist das hier? Was für herrliche... Äh, was steht da? Begehr mich nicht, Blumen. Ah. Ey. Ja, geh mal zur Seite. Was ist damit? Wächst immer noch. Sehr cool. Oh Gott, schon wieder dunkel. Ich glaube es ja wohl nicht. Wie sieht es mit dem Käse aus? Ist der schon reif? Ich hoffe. Ja, super. Wir sehen zwar nicht viel, aber immerhin... So. Ich mache mich fix am Abend nochmal schnell zu Recht hier. Oh, da war ich zu schnell. Ein Käse. Gut. Raus. Die haben auch die Milch irgendwo. Äh, da. Ne, wo ist die Milch? Da. Mal rein. Füll das mal da ein. Zack. Ja gut. Dann rühren wir mal um. Ja, wir können da mehr Milch rein kippen. Das war, ne? Ich glaube, morgen machen wir das mal. Dass wir da beide... Zweimal Milch rein kippen. Dann kriegen wir zweimal... Ähm... Käse raus, glaube ich. So. Das brutzelt vor sich hin. Das ist eine Automatik, ne? Das geht alleine aus. Mach einen jetzt warme. Ich kann ja mal kurz gucken, ob dein Brief von uns gekommen ist. Okay, nee. Höchstwahrscheinlich nicht. Das war's. Gut. Wir wollen ja noch nicht... Wir haben uns mal zwei Eier in die Pfanne. Das müsste reichen, ne? Den Käse können wir, wenn man so will, ja auch den Händler verhütteln. Wir müssen ja irgendwie an Heu kommen, ne? Nutzt ja alles nichts. Das macht sich ja nicht von alleine. So. Ab in die Haier. Siehste. Gute Nacht, Alma. Schlaf schön. Und hoffentlich ohne Albträume. Wir sind jetzt da. Wir sind ja nicht überlebt. Das macht... Wir sind ja nicht überlebt.